Herr Tellich, können Sie mir kurz sagen, was Sie sich bei der Bilderberg-Konferenz erhofften? Maxi für Eingeschenk TV am Donnerstagmorgen, den 9.06.2016, also der Morgen quasi vom ersten Tag des Bilderberg-Treffens. Ich bin jetzt gerade am Flughafen Dresden, hoffe, dass ich ein paar Bilder und eventuell auch ein paar kleine, es werden wohl eher Interviewversuche bleiben, der ankommenden Bilderberg-Teilnehmer bekomme. Noch ein kleines Resümee zu gestern, weil an sich war der Tag recht langweilig, aber gegen Abend wurde es dann kritisch, dann wurden mehrere Journalisten mehr oder weniger willkürlich untersucht, oder durchsucht viel mehr und ja, auch teilweise in den privaten Hotelräumen und so und mehrere Leute, unter anderem meine Wenigkeit, mussten auch ihre Pässe zur Kontrolle abgeben und Presseausweise vorzeigen und so weiter. Also es scheint offenbar nicht wirklich gewünscht zu sein, dass man hier ein bisschen Berichterstattung betreibt. So, wir gehen jetzt mal gucken, was die hier für Stände aufgebaut haben. Hier sind einmal die Mahnwachen aus Dresden auf jeden Fall und auch aus einer anderen Stadt und die Organisation raus aus dem Reichstag, welcher am Samstag um 13.30 Uhr ihre Protestaktion starten wird. Also Maxi für Eingeschenkt TV mit Carsten aus Hannover. Ja, Carsten, das ist nicht dein erstes Bilderberg-Treffen, oder? Doch, das ist mein erstes Treffen. Ich verfolge das zwar schon seit Jahren, aber das ist das erste Mal, dass ich selbst hier anwesend bin. Hat auch damit zu tun, dass es in Dresden ist und dass es leicht zu erreichen ist von Hannover, weil die Leute ja oft auch so irgendwo in der Wallachai sich treffen und das war mir immer zu unbequem, da hinzukommen. Und hier ist es, das passt hier irgendwie in Dresden ganz gut. Und ich wollte mir einfach mal die Situation vor Ort angucken. Okay, du warst ja, wie lange bist du schon hier heute? Ja, heute bin ich jetzt hier seit ungefähr 9.30 Uhr morgens. Und wie ist die Situation hier? Also wie war es jetzt über den Tag? Naja, es sind ja hauptsächlich Journalisten da, es sind so ein paar Gruppen da, ein paar Stände. Es ist sehr wenig Protest noch, muss man sagen. Ich hoffe, dass sich das ändern wird am Wochenende. Aber sonst sind es hauptsächlich unterschiedliche Stände und eben sehr viele Journalisten auch aus anderen Ländern, die darüber berichten und Fotos machen. Aber also von Protest ist bisher noch nicht viel zu sehen. Und wie ist es mit den Teilnehmern? Also es gab ja vorher Spekulationen, dass Frau Merkel zum Beispiel da sind oder dass sie vielleicht sogar noch kommt, obwohl sie nicht auf der Teilnehmerliste steht. Was sagst du zu den deutschen Teilnehmern aus Politik? Naja, es ist ja inzwischen so, dass offiziell kommen also de Maizière, von der Leyen und Schäuble und halt der Ministerpräsident zum Abendessen, der Tillich. Die anderen haben angeblich abgesagt, kann ich mir kaum vorstellen. Aber gut, das ist die offizielle Version. Und nun haben ja die anderen Journalisten stehen da ja und versuchen jetzt auch Aufnahmen von den Gästen zu machen, um herauszufinden, ob da vielleicht auch Leute kommen, die nicht auf der Gästeliste stehen. Aber wenn Merkel tatsächlich nicht kommt und Steinmeier und Gabriel auch nicht, die alle eingeladen waren, dann sieht das so aus, als ob diese Leute Geschichte sind und für die Zukunft von Deutschland also keine große Rolle mehr spielen sollen. Das sieht für mich so aus, sonst hätten sie diese Einladung nicht abgelehnt. Und was denkst du, was die Leute, die jetzt hier sind, was die in Zukunft für eine Rolle spielen könnten? Also ich gehe schon davon aus, dass Frau Merkel nicht nochmal antreten wird und dass die hier also eine Nachfolgerin oder Nachfolger für Frau Merkel küren werden. Und nun hat ja auch rechtzeitig zum Bilderbergtreffen Herr Gauk gesagt, dass er nicht nochmal antreten wird zur Präsidentenwahl. Die brauchen also auch einen neuen Bundespräsidenten und auch darüber wird hier gesprochen werden. Und das passt natürlich schon mit den anwesenden Leuten, weil Schäuble würde sich sehr gut als Bundespräsident eignen und von der Leyen oder auch de Maizière sehr gut als Bundeskanzler. Und ich glaube, darüber wird hier gesprochen werden und vielleicht wird das hier tatsächlich auch festgelegt werden. Das wird die Zukunft dann zeigen. Was denkst du, also es gibt ja eine offizielle Agenda, wo auch Russland und der internationale Terror und andere Themen wieder draufstehen. Hast du von der Liste gehört und was ist so deine Meinung, was denkst du, was besprochen wird, welche Themen so die Hauptpunkte sind? Ja, wahrscheinlich stimmt das, was da auf der Agenda steht. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, was die da veröffentlichen. Ich meine, die haben das nun jahrzehntelang total geheim gehalten. Ob die da nun wirklich die Wahrheit sagen bei ihren Veröffentlichen, das ist doch sehr fraglich. Und ich denke, natürlich wird die Flüchtlingskrise eine Agenda sein. Natürlich die Ukraine, Russland, natürlich Griechenland, Bailout, diese Geschichten. TTIP auf jeden Fall. Natürlich auch die Krise der Europäischen Union. Diese Leute, die wollen ja die Europäische Union zusammenhalten. Die wollen ja eine neue Weltordnung einrichten. Und dazu gehört es halt, dass man versucht, politische Einheiten zu schaffen, die so groß wie möglich sind. Und da gibt es ja eine Krise. Da gibt es den möglichen Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Das wird hier alles besprochen werden, da bin ich mehr sicher. Das sind ja alles neoliberal gesinnte Großkapitalisten, die dafür sorgen wollen, dass die reichen Leute noch reicher werden. Und natürlich zwangsläufig die Armen noch ärmer. Und da wird eben eine ganz konkrete Politik auch festgelegt werden. Und da wird auch Personal festgelegt werden. Und die werden auch über die amerikanische Präsidentschaftswahl reden. Also es gibt viel zu tun. Aber es scheint so zu sein, dass die Deutschland für unglaublich wichtig halten zurzeit. Und das ist darum, das Treffen auch in Deutschland stattfinden lassen. Also die scheinen große Pläne für Deutschland zu haben. Darum ist das Treffen in Deutschland und darum ist es in Dresden. Was versprichst du dir von der, ich will es jetzt mal Proteststadt Dresden nennen? Über das Wochenende? Naja, wir werden mal sehen. Ich hoffe, dass doch am Wochenende Samstag zumindest mehr als tausend Leute oder so zusammenkommen werden. Ich meine die Medien, die üblichen alternativen Medien sind da. Auch inzwischen sehr viele freie Journalisten und Blogger. Leute, die ihren eigenen YouTube-Channel haben. Das ist gut. Und das Gute ist bisher, dass hier eben zur Zeit sehr viele Touristen in Dresden sind. Und sehr viele Schulklassen. Und uns haben schon verschiedene Schulklassen gefragt, was denn da los ist. Und da kann man natürlich Aufklärung betreiben, was eben auch sehr wichtig ist. Und ich bin natürlich ein bisschen pessimistisch, weil viele Leute dieses Treffen immer noch nicht für besonders wichtig halten. Und davon ausgehen, dass das irgendwelche wirren Verschwörungstheorien sind. Aber was da stattfindet, ist nicht die Theorie von Verschwörungen. Das ist die Praxis von Verschwörungen. Die treffen sich im Geheimen und die kaspern irgendwas ab. Und die sagen uns eben natürlich nicht, was sie da abkaspern. Und dafür muss der Steuerzahler auch noch bezahlen. Das ist absolut vordemokratisch und skandalös. Gut, danke Carsten. Also es sind ca. 20 Leute da sein. Hauptsächlich Journalisten und einige Leute mit Schildern, die die ankommenden Bilderberg-Autos hier begrüßen. Es sind auch noch ein paar Leute da oben, die auch filmen. Hallo Frau Vesteling, können Sie mir kurz sagen, was die Aktivisten von Legida gegen die Bilderberg-Konferenz haben? Na ja, also wir betrachten das schon als einen, wirklich einen Affront und eigentlich auch schon eine Kriegserklärung, dass die Bilderberger sich ausgerechnet in diesem Jahr hier in Dresden, also ins Zentrum des Widerstandes in Deutschland, wagen. Normalerweise wären die USA als Veranstaltungsort dran gewesen. Aber dass sie sich jetzt hier ausgerechnet nach Dresden in unser Revier von Pegida wagen, das ist schon sehr dreist. Und das zeigt eigentlich auch, das Signal, was sie damit aussenden, ist schon ganz klar das, dass sie sagen, uns interessiert euer Widerstand gar nicht. Wir machen sowieso hinter verschlossenen Türen, wir treffen unsere Entscheidungen so, wie wir das für richtig halten. Okay, und warum haben Sie jetzt diese Form des Widerstands gewählt und keine Demonstration zum Beispiel organisiert? Na ja, Demonstrationen gibt es ja zuhauf. Die ganzen Linken, wie heißen die nochmal, die rote Flagge oder sowas, da gibt es ja jede Menge. Wir haben in Leipzig zum Dialog aufgerufen mit den Linken und haben gesagt, macht es nicht Sinn, wir haben beide den gemeinsamen Gegner. Wir wollen beide diesen globalen Konzernimperialismus nicht. Macht es nicht Sinn, sich in diesem Zusammenhang hier mit Bilderbergern mal temporär zusammenzuschließen? Das ist rigoros abgelehnt worden. Die Linken wollen keinen Dialog und deshalb haben wir gesagt, wir machen mal hier eine stumme Mahnwache vor der Kreuzkirche. Mit Missgabel allerdings, ja. Wir halten nämlich das dringend für nötig, dass hier mal ordentlich ausgemistet wird. Hallo Herr Richter, danke, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Können Sie kurz sagen, in diesem Forum geht es ja um Demokratie. Für wie demokratisch halten Sie eine Konferenz wie die Bilderbergkonferenz? Also ich kann wenig über die Bilderbergkonferenz sagen, ja auch deswegen, weil sie mit einer großen Geheimniskrämerei verbunden ist. Man weiß nicht genau, worüber wird da gesprochen. Man weiß auch nicht genau, wer kommt alles dazu. Und es muss sogar abgesperrt werden. Das ist in Deutschland erlaubt. Jede Gruppe, die sich treffen will, darf sich treffen. Wir haben Versammlungsfreiheit. Aber bei so viel Geheimniskrämerei ist es naheliegend, dass auch der eine oder andere komische Gedanke kommt oder vielleicht auch Verdacht aufkommt. Dort wird etwas besprochen, was gegen die Demokratie sei. Also wenn sich dort hochrangige Politiker quasi treffen und unterstützen Sie diese Intransparenz oder sagen Sie, es ist okay, es ist vertretbar? Nein, ich unterstütze die Versammlungsfreiheit. Ich weiß, wie wichtig die Privatsphäre ist und natürlich ist das erlaubt und das wird unser Land und unsere Demokratie auch aushalten. Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die sich dort versammeln, etwas transparenter mit dem umgehen, was sie da zu besprechen haben. Vielen Dank. Mich würde interessieren, was die sich von dem Abendessen, an dem sie ja teilnehmen, was die sich da von erwarten, von den Gesprächen, die sie da haben, weil die Leute ja auf der, sag ich mal, weltelitären Stufe jetzt etwas höher stehen als Sie. Also ich glaube, dass es da Bundesminister gibt. Es gibt auch Unternehmer, die ich im bisherigen Leben schon öfters getroffen habe. Also das heißt, man trifft bekannte Gesichter wieder, aber man trifft auch neue Persönlichkeiten, die man bisher nicht getroffen hat. Und Bilderberg hat sich ganz bewusst für Dresden entschieden, um auch deutlich zu machen, dass das eine Stadt ist, die wirtschaftlich und wissenschaftlich erfolgreich ist und die gleichzeitig aber auch eine weltoffene Stadt ist. Und deswegen ist man hierher gegangen und ich erhoffe mir, dass der eine oder andere, der jetzt hier ist, vielleicht sagt, okay, Dresden ist auch ein Standort. Ich habe es von anderen gehört, wo es wert ist, auch in der Zukunft wieder quasi das auf dem Radar zu haben und zu investieren. Was erwarten Sie konkret inhaltlich von den Gesprächen? Können Sie dazu was sagen? Ich bin ja, das ist eine Ausnahme, die man hier gemacht hat. Es wird von Fall zu Fall das gastgebende Land oder die gastgebende Stadt eingeladen. Das ist hier der Fall. Das heißt also, es wird mit Sicherheit so sein, ich werde an einem Tisch vielleicht mit zehn Gesprächsteilnehmern sitzen und die restlichen 120 quasi nur aus der Ferne sehen. Und wenn das Essen zu Ende ist, geht man wieder nach Hause. Also von daher ist die Erwartungshaltung die, dass man vielleicht noch die Gelegenheit hat, mit dem einen oder anderen vorher oder nachher ins Gespräch zu kommen, auch für Sachsen nochmal zu werben. Das ist das, was ich davon erwarte. Eine letzte Frage, wenn ich darf. Gibt es Sachen, die Sie an der Form der Konferenz, zum Beispiel die Transparenz wird viel kritisiert oder so, gibt es Sachen, die Sie an der Form der Konferenz kritisieren? Also ich habe hier festgestellt, dass im Unterschied zur Vergangenheit die Bilderberg-Konferenz nicht nur die Teilnehmer ja veröffentlicht hat, sondern auch die Themen, über die gesprochen wird. Und es ist, glaube ich, auch mal gut, dass man außerhalb der Öffentlichkeit und der öffentlichen Wahrnehmung im Prinzip eine Diskussion führt. Das findet ja auch an anderen Stellen statt. Also Unternehmen beraten ihre Unternehmensstrategie ja auch nicht öffentlich. Oder Politiker sind, wenn sie ein Gesetz erst mal erarbeiten, auch daran interessiert, dass sie erst mal in Ruhe auch das ausdiskutieren können. Und so müssen das auch solche Leute, die sich zusammentun und die über Angelegenheiten sprechen, die im Prinzip sie miteinander diskutieren wollen. Da werden ja keine Entscheidungen und keine Beschlüsse gefasst. Sie sind dem Aufsichtsrat verpflichtet, sie sind den Aktionären verpflichtet und die Politiker den Parlamenten verpflichtet. Vielen Dank.